Moin, Extras Nummer 2. Man meldet sich und wir sind jetzt hier bei uns in der Schule. Sockboxen. Wir haben jetzt hier den Mager schlechthin. Easy boy. Okay, jetzt sei 2.0. Halt sich. Was ist im Final? Zwar nur 2.0, aber trotzdem mal. Ich klau euch jetzt. Ich würde nicht empfehlen, dass ich für den Weg wieder komme. Dieser Junge ist durch. Sie spricht die Wahrheit und nichts heißt die Wahrheit. Jetzt kommt hier die erste Szene mit dem Hamarakram. Wir sind jetzt auch mittlerweile in der Schule eingekommen. Wir haben wahrscheinlich schon mittlerweile... Ach, wir sind mittlerweile... Also ich habe schon ein paar Videos gemacht. Es ist nicht so, dass wir jetzt das erste Take machen. Okay, na denn... Warte mal. Kennt jemand in dieser Ecke? Wer steht immer in dieser Ecke? In dieser Ecke? Ich. Ja, also das hier... Können wir uns das mal angucken. In dieser Ecke hier wird Benjamin immer zusammengeschlagen. Und ja, sonst gibt es hier nichts Spannendes, weil wir wieder viel zu viel kript. Und viel zu viele Aufnahmen und zu wenig zu machen. So, wir haben jetzt den Großteil der Szenen... Oder eigentlich alle Szenen in der Schule hier gemacht. Und jetzt... Maul! Jetzt... Gammeln hier auch noch alle rum. Und jetzt... Äh... Machen wir noch die letzten Rundshots und dann sind wir auch schon fertig für heute. Und es war sehr anstrengend. Anni, wir müssen noch die Nachrichtenszenen heute machen, aber im Greenscreen. Und ja, dann sehen wir uns beim Greenscreen, würde ich sagen. Ja. So, wahrscheinlich letzte Aufnahme für heute. Dann müssen wir drei noch mal kurz mit einem Vorwurf konfrontieren. Vorwurf? Du glaubst, dass wir jetzt heute nicht alles schaffen. Das dachte ich ja. Das dachte ich ja. Das dachte ich ja. Ja, und jetzt haben wir eigentlich doch schon alles hier in der Schule geschafft. Und... Sind soweit fertig. Sachen sind auch schon weg. Ja, und wir warten jetzt halt nicht nur drauf, dass wir hier irgendwie wegkommen. Alles klar. Das war's dann mit dem Vlog. Und... Bis morgen. Nee, bis nachher. Ciao. Benjamin, was sagst du zu dieser Situation? Erfreulich. Erfreulich? Aber jetzt... Er wird erlöst. Was sagen sie dazu, dass sie draußen waren? Herabstufe und du kriegst dann nicht immer eine GoPro an. Ultraweitwinkel. Was ist denn? Ultraweitwinkel.